Und damit herzlich willkommen auf meinem Rosti-Kanal und zu einer weiteren Runde von Five Nights at Treasure Island 2 Original Revive. Wir haben jetzt beim letzten mal die ersten drei Nächte eigentlich relativ gut überstanden und werden jetzt mal versuchen den Rest auch noch gut über die Bühne zu bringen. Night 4. Bin immer gespannt jetzt ob ein bisschen noch mehr Action kommt. Alle Nacht 3 war es dann schon am Schluss so ein bisschen mit zwei und Energie. War schon ziemlich interessant. Ein Schlückchen trinken zur Stärkung damit wir fit sind. Gleich mal hier. Das finde ich gut. Ja, jetzt... ...ich soll es, okay? ...ich soll es nicht sehen, dass die Schmerzen wiederholt. Sie sehen es als ghostly, so... ...dass man sich auf die Schmerzen. Ich weiß, was da auch noch etwas anderes. Wenn es da war, hätte ich, würde ich... ...ich soll, was... ...ungegend, ein Före, ein Före, ein Före, ein Före, ein Före, ein Före... ...sortem ein Före und ein Före. Ja, dann... ...ein, okay? Das finde ich cool, da mit dieser Animation hier oben, mit diesem Anrufer. Und er ist noch da. Nein. Nein. Noch alles ruhig. Energie. Keiner da. Keiner. Ich habe was gehört. What? Keiner da. Oh nein. Es kommt keiner. Es kommt keiner. Wo ist er? Wo sind sie denn? Aber er ist hier. Ich finde sie auch größer. Oh. Hopp. Ich hoffe es gefällt euch bis jetzt Oh 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 The Hulk No more Oh er kommt schon wieder Hop Oh 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 Das könnte doch ziemlich Spannend werden What? What? Oh Jesus Jesus Keiner da Nein 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 Ich hab gar nichts vergessen, wie ich denn... Schnell wieder... Energie... Was? Waren wir nicht verrückt? Waren wir nicht verrückt? Don't, don't scare me, please! Guts! Guts! Waren wir hier! Hop! Hop! Leave this world! Oh! Diese... Diese Geräusche! No! No, 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 no! Immer schön, die Energie hochhalten! Weg! Weg! Away! Oh, Jesus, Jesus, Jesus! Oh, Jesus! Oh! Was? Wo kommt der jetzt her? What? Ho, ho, ho! Den hab ich gar nicht gesehen! What? Wo kommt der her? Er kam hier aus dem Eck! What? Da ist er schon wieder! Asshole! What? Oh! Boah! Oh! 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 Oh, 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 oh! Das ist Stress! Panic! No Panic, please! What? What? Yes! Das ist ja abgefahren hier. Er hockt auf einmal ganz links. Ist er schon hier? On the left side. The bad guy is coming. Das war Nacht 4. Dann wollen wir mal Nacht 5. Continue night 5. Jetzt wird es stressig, Leute. Kann ich mir vorstellen. Oder denk mir mal, dass es stressig wird. Es ist late. Wir haben hier Energie. Ah! Ah! What? Wir haben unsere Freunde heute, und er wird tot am Ende des Nachts sein. Hau ab! What? Game over? Was war das bitte schön? Ich verstehe das nicht. What? Ich habe doch das Licht ausgemacht. Boah! Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Muss ich offen und ehrlich zugeben. Moment, jetzt bleibe ich mal hier. Das war nicht fair. Das war nicht fair. Oh ja! Was? 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 Verzäh! Bleus. So! Aber ich glaube, das war jetzt nur beim ersten Mal bei Nacht 5, um uns zu zeigen, was auf uns zukommen wird, denke ich mir mal. So eine Art... So wie eine Art Teaser, denke ich mir so. So eine Art Teaser, denke ich mir so. Ich bin abgefahren. Not easy, not easy. Einfach war gestern. So eine andere Art Teaser ist gekommen. So eine andere Art Teaser ist gekommen. So eine andere Art Teaser ist gekommen. Kommt hier da einer? Nein! Oh! Was? Was? Wie viel denn noch? Was? Was? Was ist das? Nicht mit mir! Kommt er von links? Ich hör sie! Weg! Weg! Schwind! Hau ab! Oh, 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 oh! Und dann gibt's ja noch die Nachtsex. Gibt's auch noch. Nachtsex gibt's auch noch! Jesus Christ Ich komme in Schwitzen Gott 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 Ja wo ist Gott? Jesus We miss the world. No. Bless my soul. Bless my soul. It wasn't meant to happen. What? Jetzt waren wir so kurz vorm Ziel. Oh, man. Huch, der Akkustand ist niedrig. Wo gibt es denn sowas? Ich habe gerade eine Meldung bekommen, der Akkustand ist niedrig. Sorry. Ich habe vergessen Strom anzuschalten. Ich tipp. Mist. Wieso habe ich gegen den keine Chance? Ich habe das Licht abgemacht. Ich habe das Licht abgemacht. Ich habe das Licht abgemacht. Ich sehe, dass du hier aufhörst. Es scheint, dass ich die ehrlichste Wahrheit erzähle. Und ich weiß, dass alle meine Freunde heute Abend sind. Er wird tot Ende der Nacht. Die Eheh, die Jungs Er wird tot Ende der Haare. Mist.. Das ärgert mich jetzt, Leute. Ich hab ihn. Mist, 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 Mist. Shit! Wieso habe ich gegen den keine Chance? Bleibt mir ein Rätsel! 天, schwäle ich sie nicht! Mr. Mysterios! Wee! This... World! Christos, Jörg! Have a burst of my friends, please! I might last ask, please. Und... 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 Humm... Das ärgert mich, das ärgert mich echt, Leute. Es war ja schon kurz vor 5, oder war es schon 5, ich weiß es gar nicht. Hau ab! Dich kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich muss mich an irgendeine Taktik zurecht legen. Aber ich weiß nicht welche. Göt! 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 Where is it? Göt! 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 Ja, Leute! Das waren die ersten 5 Nächte! Ich tu mal kurz meinen Fresse weg machen, sodli ihr den auch spannend schde und melde mich gleich wieder. So Leute, genug Abspann, oder? Mal schauen, ob ich den wegkriege. Nein, Abspann geht natürlich nicht weg. In der Zeit habe ich mir kurz frisch gemacht. Hahaha, Späßel gemacht. Ja, das waren die ersten fünf Nächte. Und es gibt ja noch diese ominöse Nachtsex. Und wahrscheinlich auch noch eine Nacht 7, kann ich mir vorstellen. Nicht schlecht. Wie viel Mal sind wir gestorben? Zweimal, dreimal? Ich weiß gar nicht. Zweimal, dreimal, zweimal. Keine Ahnung. Ich hab so in Kurzzeit ge- äh, ich hab überhaupt kein Gedächtnis. Späßel, sagst du. Joe, grüß aller. Gut. Leider kann ich es nicht wegklicken, aber ich würde gerne im Menü sehen, ob ich vielleicht einen Stern-Tipp bekommen hab, oder so. Aber das interessiert mich nämlich jetzt. Ich muss halt den Abspann hier laufen lassen. Upp, uh, fällt mir das Inventar schon runter. Ja. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Bis jetzt. Weil es geht ja noch weiter. Wir sind ja noch nicht am Ende. Es gibt ja noch einiges zu tun hier. Aber ich fand's cool gemacht. Vor allem, die Nacht 5, die hat's in sich gehabt. Nicht schlecht. Und ich kann mir denken, bei Nacht 6, das wird dann Hammer, 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 extrem schwer. Aber ich werd's versuchen. Vielleicht gelingt uns das ja. Ich weiß es nicht. Werden wir uns mal überraschen lassen, oder? Mickey Mausen, friends. Disney. Moin, moin. So. Darf ich jetzt bitte ins Menü? Das wär' nicht schlecht. Oh, ich möchte doch ins Menü, ins Menü, ins Menü. Ah, ich hab's ja gemacht. Oder? Kein Sternchen. Wie gesagt, 6. Nacht ist freigeschaltet. Ja, Leute. Das war Five Nights at Treasure Islands 2 Original Revamp. Nacht 4 und 5. Und beim nächsten Mal werden wir versuchen, Nacht 6 übernehmen. Ich bin mal gespannt, ob uns was gelingt. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Damit wir dann diese Extras noch freischalten können. Weil das interessiert mich dann schon. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ich hoffe, ihr habt ein kleines bisschen Spaß. Ich würd mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal oder bei einem anderen Projekt von mir. Mal schauen. Ich würd mich auf jeden Mal freuen. Bis dahin, ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag. Genießt das Leben. Enjoyed it live. Habt mich lieb. Und vielen Dank fürs Zusehen. Ich sage Tschöi mit denen. Fing in die Graz. Euer Rosti. Tschau. Goodbye. Guten Night. Tschaui. Thank you.